Haben sie eine Firma schon gesehen? Übernachtreich geworden, ja! Das nennt sich Hummel, ja! Hummel, übernachtreich geworden, ja! Wirklich, 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 ja! Hat 30 LKW, ja, ja! Fährt überall hin, auch, ja! Frag ich mich, woher, woher? Kommt nur das Geld so sehr? Ja, früher hat er gar nix, ja! Jetzt ist er reich geworden, ja! Übernacht, übernacht, ist er reich geworden, ja! Wenn man übernacht, ja, ja! Reich geworden, ist doch klar! Woher kommt dieses Geld, ja, ja! Fragt sich das Finanzamt, ja! Das Finanzamt fragt doch, ja! Hoffentlich einmal nach, ja, ja! Und fragt, woher haben sie das Geld, ja, ja! Oder kann man das nicht fragen, ja! Wennst du einen Richter, ja! Fragen solltest sowas, ja! Sagte er, sicher, ja! Hat doch sich ein Kopfpolster gehabt, doch, ja! Ja, das glaubst du, ja, doch nicht! Aber es ist doch heut' gewiss! Sowas gibt es, ja! In Österreich, sicher, ja!